Moin ihr Zombiejäger, willkommen zurück bei Resident Evil 6. Es geht weiter mit Jake und unserem Girl, Cherry Birkin. Frag ich mich auch gerade. Wir können uns nicht aussuchen, wie wir sterben. So ist es eben. Tja, aber dafür sind Sie angeheuert, oder? Für Geld zu sterben ist das eine. Da habe ich die Wahl. Aber grundlos zu sterben, das gefällt mir gar nicht. Also, verraten Sie mir jetzt, was dieses Scheißding war und warum es mich umbringen will. Das Ding ist wie die Javo. Eine bioorganische Waffe, die den C-Virus trägt. Er wird von einer terroristischen Organisation namens Neo Umbrella eingesetzt. Sie davon gehört. Sie wollen die Antikörper in Ihrem Blut untersuchen. Dabei ist es nicht, ob Sie tot oder lebendig sind. Als Söldner war ich echt besser dran. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen was passiert. Die Welt braucht Sie. Ah, nicht mich. Nur mein Blut. Ha, die Welt kann es haben. Solange jemand dafür bezahlt. Wollte das Gespräch nicht random unterbrechen. Aber jetzt kennen wir schon mal so ein bisschen die Hintergründe. Aber das wussten wir auch so ein bisschen schon durch die Kampagnen zuvor. Was er hier für eine Rolle zu spielen hat. Gegen seinem Blut, weil es die Antikörper besitzt gegen den C-Virus. Diese Puppe eben da unten, ne? Die sah seltsam aus mit den ganzen Handabdrücken und alles. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas Besonderes. Deswegen habe ich drauf geschossen. Aber dem ist nicht so. Wow. Werde ich schon gleich angeballert. Kaum nicht draußen. Uah. Ich glaube, der mutiert, oder? Ne, noch nicht. Oder auch gar nicht. Gar nicht ist mir lieber. Ich habe eben das rote Kraut gefunden und verfluche mich jetzt, da ich das grüne Kraut schon eingesetzt habe. Hätte ich halt mehr rausgekriegt, aber wird ja nicht das letzte grüne Kraut sein, das ich kriege. Deswegen ist das auch nicht so tragisch gerade. Zollkraut behalte ich ja noch. Okay, dann mal durch die Tür. Help me. Sherry Birkin. Nationale Sicherheit. Sherry Birkin. Sie waren in Reckon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment. Sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Captain, dieser Mann gehört zu den Rebett. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ on Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flak-Artillerie. Schreiben Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Was zum? Großes Fallsobjekt auf dem Radar geoffen. Es kommt direkt auf den Zug. Wir reden später. Jetzt suchen Sie sich sofort Deckung. Die riesige Fratze habe ich komplett vergessen, dass wir auch hier mit Jack und Cherry unterwegs sind. Ihr erstes Ziel ist da drüben. Chris, wir helfen Ihnen. Kommt nicht in Frage. Bringen Sie sich in Sicherheit. Keine Sorge, ich kann auf mich aufpassen. Sie brauchen Hilfe. Auf Söldner war seine Überlebenschancen besser aus. So, jetzt aber. Ich kann doch von hier aus auch die anderen abballern. Ich bin mir da zu einem. Da ist er doch. Die muss ich wieder aufladen, das Geschütz, oder was? Was? Au. Euch habe ich nicht gesehen. Also das Geschütz ist schon kaputt. Ja. Wunderbar. Ich habe es fast geschafft. Wie komme ich denn nochmal da hoch? Wollt vergessen. Ladungen angebracht. Alle sofort zurück. Hier noch zwei Geschütze. Okay. Auf zum nächsten Ziel. Ach, hier geht's wo. Oh, ihr seid's. Ich dachte schon. Komm, bei Kisten. Das ist geil. Interessiert ihr nicht? Ah, da hinten sind noch Kisten. Die habe ich vergessen. Die habe ich vergessen. Ah, Munition für die Magnum. Sehr geil. Ja, ich habe ichkung. Danke. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein, Mensch. Oh, das war. Ach, das ist geil. Ach, das war. Lass mich mit, lass mich dich allein mitkämpfen. Lass mich mit, lass mich zu Hause. Lass mich mit! Lass mich mit! Das funktioniert ja hervorragend hier. Nicest Teamwork. Hier, die kümmern sich um... Chris kümmert sich um die, ich kann mich um den großen kümmern. Er rennt halt immer weg, wenn das Monster ihn angreift. Dass er das nicht macht, während das Monster betäubt ist, ne? Genau, er geht nämlich dann hin, wenn das nicht mehr gestand ist. Deswegen dauert es nämlich gefühlt 100 Jahre. Ich helfe Ihnen! Ich helfe Ihnen! Ich helfe Ihnen! Ich helfe Ihnen! Das ist alles so anstrengend. Aber es dürfte gleich geschafft sein. Weil Chris tut irgendwie nix und die anderen stehen auch nur doof da und machen nix. Da kommt das bisschen... ...haft er schon. Nein, nicht drunter! Erinn. Gute Arbeit, Alpha! Noch ein Geschütz! Eine weitere B.O.W. nähert sich Ihrer Position. Genau die hatten wir bei Herzensroh verloren. Alpha, bereit machen zum Feuern! Nur noch eins! Alle Mann in den unterirdischen Gang! Zwang! Zwang! Sollte die gegen Wände rennen? Natürlich! Äh Chris? Vielleicht ist er an der Sache nicht sicher und will erstmal kurz die Wände absuchen. Kann ja auch sein. Also jetzt habe ich gerade echt Munitions-Overflow. Ich habe gedacht da würde noch ein grünes Kraut liegen in der Ecke, war aber nicht. Ich meine die Regeln schon die Jungs, aber ich nehme trotzdem mal mit was hier liegt noch. Brauch es weg ist. Er wartet fleißig auf mich, das ist sehr nett, das erwartet. Ich wüsste sonst nicht wo ich lang muss. Und ich kann nicht schöne Erfahrungspunkte einsammeln. Warum nicht immer so? Nein. 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 Da ist noch eine Kiste, die will ich. Wir bringen jetzt Sprengladungen an der Flak an. Aber das wird ein Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Haben es fast geschafft. Achso, ich hätte auf die andere Seite gemusst. Aber ich kann ja noch hier hochsteigen. Hey, das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Lenken Sie diesen riesen B.O.W. an! Der B.O.W. in der Nähe ist, dass Sie arbeiten. Lass! 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 ist direkt mit den lebenswichtigen Orgasen verbunden. Ich weiß nicht wie, aber ziehen wir es raus! Ja, stimmt. Das musste man ja letztes Mal auch. Hier gab es irgendwo einen guten Spot, wo man das hervorragend machen kann. Von hier oben geht es theoretisch auch. Jetzt rennt er in die andere Richtung, weißt du? Na komm Digi, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, das dauert mir jetzt schon viel zu lange. Ich musste mich von der Erhöhung hier auf dem Dach zum Beispiel dann da drauf springen, auf das Ding. Da ich das ja mit Chris gemacht habe, aber Chris aktiv kämpft, geht es ja nicht. Erhöhung. Sag mal, Dreckskerl, die ballern halt einfach noch auf mich weiter, obwohl die Katz ihn schon einfädelt. Ja, aber da ist noch etwas. Mr. Mueller verlangt eine Entschädigung für seine Kooperation. 50 Millionen Dollar. Ja, ich verstehe. Ich sage es Ihnen. Und? Sind wir im Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Das war einfach. Übrigens, der Typ, mit dem du vorhin so dick warst. Sie meinen Chris? Ja, genau den. Was ist mit ihm? Vergiss es. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube etwas Schlimmes. Oh ja, tatsächlich. Oh nein, du wieder. Kommt der denn her? Ach, das Flugzeug da drin. Was? Der hat mich mit einem Schlag niedergestreckt? Alter. Der kranker Bastard, ey. Okay, das kam jetzt unerwartet. Was soll ich denn mit ihm machen? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich kann auf ihn ballern wie ich will, der stirbt nicht. Brauche ich die Magnum oder was? Okay. Das ist Verschwendung ist und man den eh nicht killen kann. Muss ich mich alles vor ihm schützen oder wie? Ach der ist von uns? Ich habe gedacht, der wäre vom Feind. Wie denn? Ich kann nicht. Achso, jetzt. Und ich? Ist auch rüber. Wow. Er hat wie Nemesis ein Maschinengewehr. Ist schon so ein kleiner Nemesis Bruder. Ah, guck mal. Lackgeschütz. Na geil. Ja, was will ich denn da machen? Ne. Ah. Ah. Der Fieser-Muss. Das ist abgefahren. Sogar für mich. So geht es nicht weiter. Wir müssen die Raketen abschießen. Läuft er mir wieder hervorragend. Ich sehe es halt nicht, eines erst Hilfespray zu benutzen. Warum stürzt dieser Heli eigentlich nicht ab? Ich seh nichts, weil alles in rot ist. Lässt ihr euch doch mal ein erst Hilfespray hinwerfen? Der Heli will auch nicht kaputt gehen, ne? Der macht es sich auch einfach, indem er von Heli zu Heli springt. So, jetzt hat er keinen mehr. Ah ja, genau. Na natürlich. Das ist Resident Evil. Riesige Nemesis-Klone, die an Helikoptern hängen. Warum auch nicht. Komm so schnell nach. Boah. Ich müsste es doch hier gerade vergeudete Lebensmühe, jetzt mal ehrlich. Wie soll ich das denn schaffen, wenn die ganze Zeit welche nachkommen? Aufdruck! 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 Vielleicht muss ich ihn doch abballern und nicht die Helis. Aber immerhin haben sie gesagt, schieß auf die Helis. Auf den eigenen Heli, Arschloch! Achso. Und das mit der Magnum. Oh Mann! Ja! Ja! Teilschirmen! Ah! Aber bei der Cutscene wird ja noch gespeichert. Daher kein Problem. Kann ich jetzt aber noch die Waffe wechseln? Schau dir die Arschloch! Ich stehe auf ihn an! Ja! Keine Schirme! Hurra! So, jetzt haben wir das Kapitel geschafft. Lange ich da freigeschaltete, schnöde... Marmor. Den mir eine Erkennungsmarke erlangt. Rode 1, Rang A. 7000, davon kann ich mir überhaupt nichts leisten. Ja, einfach weiter hier. Was mache ich jetzt? Ziehen Sie es raus. Nein, du würdest verbluten. Bitte. Auf deine Verantwortung. Das ist ein Teufel. Erklär mir, was da gerade passiert ist. Eine lange Geschichte. Ja, vielleicht sollte man lieber dein Blut auf Antikörper testen. Das haben Sie schon. Öfter, als ich ertragen konnte. Was machst du da? Die Daten sind weg. Welche Daten? Ihre Daten. Ihre Daten. Die Blut- und Genomanalyse. Alles, was wir zur Herstellung eines Impfstoffs brauchen. Nein. Alles, was ich brauche, um meine 50 Millionen zu kriegen. Na gut. Also los, Supergirl. Fangen wir an zu suchen. Ich hatte alle Ihre Daten auf meinen Speicherchips. Wir müssen sie finden. Mitten im Schneesturm? Sollen wir mein Geld auch wirklich verdienen, was? Natürlich soll er das. Aber nach dieser krassen Action sage ich erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen bei Resident Evil 6. Wir starten in der nächsten Folge hier in diesem Schneegebiet. Bergen. Wo auch immer wir sind. Und machen uns auf den Weg, unsere Daten wieder zu beschaffen. Um einen erfolgreichen Impfstoff gegen den C-Virus zu entwickeln. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 6.